Ich habe diesmal gar nicht geschlafen und ich fühle mich, mir wurde heute schon gesagt, Dennis, du siehst endlich mal wieder fit aus, hast du gut geschlafen? Du hast noch nicht gesagt, nee, gar nicht. Na gut, also, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum Showme-Man-Flat 2.0, heute mit vielen guten Nachrichten, es wurde Licht bei TAKE TV und es wurden Alu-LED-Leisten montiert, zum Teil. Und noch was richtig Sickes. Ja, du bin ich. Junge, was ist hier los? Was ist hier los? Wolltest du Popcorn haben? Ich habe immer ein Popcorn für dich, salzige Popcorn, süße Popcorn, immer ein Popcorn, komm mit Miet, komm mit Miet, ja, ja, lecker Popcorn. Okay, wir haben eine Popcorn-Maschine. Endlich ist sie da, ich habe sie mir gewünscht. Weißt du, man hat ja so Kindheitsträume, die gehören ja dazu und endlich ist einer, der davon nah geworden. Eine eigene Popcorn-Maschine. Das ist schon Sick. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was passiert ist. Heiliger Scheiß sind viele Liedverschiedsschüle gekommen. Sind die alle aufgebaut? Insgesamt gibt es 36 neue. Ist das euer Ernst? Noch nicht geschlafen. Das könnte wirklich passieren, glaube ich. Also, ihr hört hier Musik. Wisst ihr, warum ihr Musik hört? Weil wir Boxen haben. Ist das euer Ernst? Und die sehen auch noch mal richtig geil aus. Ist das euer Ernst? Oder? Ist das euer Ernst? Ja? Die Party kann starten, Junge. Oh, da sind ja noch mehr. Ist das euer Ernst? Noch zwei Boxen. Zehn Boxen. Ist nur der Anfang der Weltherrschaft. Wir haben noch Fliesen gelegt. Ach, warte, kommt mal mit. Nicht betreten. Nein, war doch Spaß. Also, Freunde. Die Fliesen sind fast fertig. Da wollte er mal schon mit mir drüber. Kannst du das zeigen? Die Fliesen sind fast fertig. Naja, also drei Viertel. Morgen der Rest. Kadoush. So, jetzt müssen wir am weiten Weg laufen. So, dann sind wir wieder zurück. Es geht auf dieser Baustelle ein richtiges Vieh. The one and only Vieh. Niemand geringer ist als Alex das Biest. Der Mann hat 20 Millionen Kabel gelötet und gekrimmt. Und weil er Langeweile hat, lötet er jetzt auch noch LED-Stripes. Einfach nur, weil er kann. Der Mann sitzt hier seit zwei Monaten im Keller oder immer in irgendwelchen Räumen. Kommt morgens um sieben oder um acht hier hin und zieht einfach durch wie ein Bulle. Alex ist auch wirklich am Ende. Aber wenn dieses Event läuft, dann wegen ihm. Wenn die Kabel funktionieren, dann wegen ihm. Freunde, das ist Alex. Damit ihr ihn endlich mal gesehen habt. Tja, 14 Millionen Kabel verlegt. So, wir drehen uns jetzt einfach um. Wir drehen uns jetzt einfach um. Unser Kinoraum. Ohne Kinositze. Weil die Kinositze melden sich nicht. Wir suchen jetzt gerade nach neuen. Und wir haben keine Ahnung, ob wir verarscht worden sind. Oder, weiß nicht, ob das einfach Spackos sind. Beides vielleicht doch einfach. Aber, liebe Freunde, dieser Kinoraum ist fast fertig. Er ist rot gestrichen. Die Wand, das wird ja die Beamer Leinwand. Hier kommt noch Teppich rein. Und dann kommen auf jeden Fall einfach neue, was auch immer. Äh, Kinositze. Wenn wir welche finden. Wenn ihr irgendjemand kennt, sucht mal. Vielleicht könnt ihr uns helfen. Schickt mir einen Link. Facebook.com. So, wir gehen weiter. Bis gleich. Sind wir wieder zurück. Das ist dieser Raum, wo der Raucheraum und so ist. Heizungen wurden lackiert. Wände wurden nochmal verspachtelt und so weiter. Die werden morgen sehr wahrscheinlich auch gestrichen. Komplett. Wisst ihr, wie das dann hier aussieht? Als ob man hier was machen könnte. So richtig. Unser Tor ist schwarz lackiert. Schon zweimal. Und die Jungs gehen da schon wieder richtig Gas. Also Jack, Nils und Stefan. So, wir gehen jetzt direkt vor die Tür. Da sind sie auch in Massen. Da sind sie auch in Massen. Guckt euch das an. Das Tor ist natürlich komplett schwarz. Und schaut euch an, die Fassade wird gestrichen. Die fucking Fassade wird gestrichen. Ist das euer Ernst? Als ob wir hier vielleicht sogar noch pünktlich fertig werden könnten. Kann man ja gar nicht glauben. Ich glaube, ich könnte noch zehn andere Sachen zeigen. Alarmanlage unten im Keller angebaut. Küche oben. Gehen wir auch nochmal hin. Wir gehen hoch. Der Harz. In der Küche von Take TV. Ein Mann von einem Mann. Denn er ist mehr als ein Bär. Und er ist gar nicht so schwer. Natürlich. Warte. Schön, dass wir in der Küche sind. Ich helfe ihm jetzt gerade mal, wie ihr seht. Lüppt bei uns. Die Küche ist zu vielen Prozent aufgebaut. Unsere alte Take TV Küche darf natürlich nicht fehlen. Sie ist wieder da. Ja. Und Erik will den Tresor klauen, wo alle unsere Reichtümer drin sind. Wo keiner den Schlüssel für hat. Soll, ich habe irgendwo mal einen gesehen irgendwann. Ich sag den zu Hause. Ja, die Küche steht. Liebe Freunde, wenn ihr irgendwann mal euch selbstständig macht und eine Gastronomie machen möchtet. Ganz wichtig. Dass ihr die Küche so platzt, dass ihr jetzt da aufgeht. Sonst würde ich jetzt sagen Fliegengitter. Aber das vergesst ihr jetzt einfach mal. Ja. Gut wäre es gegangen, wenn die Küche hier nicht im Weg wäre. Das ist doch das einzige Fenster, was sich öffnen lässt. Naja, ist auch egal. So. Es hat sich noch viel mehr getan. Alarmanlage unten ist so ein Kasten mit Kabellage und all sowas. Die Abnahme. Freunde, die Abnahme. Dazu gibt es aber noch ein separates Video, wo wir über die ganzen Brandschutzsachen nochmal sprechen. Dann gibt es eine Firma, der ich nochmal richtig verdanken möchte. Nämlich die Brandschutzfirma, also der Ingenieur oder die Firma davon, nämlich Coral. Die uns da mega krass geholfen. Ich hatte das schon mal in einem Video erwähnt. Die uns sozusagen finanziell extrem entgegengekommen sind. Was ziemlich geil ist. Und die haben uns wirklich überall geholfen, wo sie nur konnten. Waren immer bereit vorbeizukommen. Spontan, wie auch immer. Mega geil. Ja, es geht vorwärts. Wir haben nur noch wenige Tage. Langes Wochenende vor uns. Ich muss heute auf jeden Fall mal wieder schlafen. Es ist jetzt 19.03 Uhr. Heute werde ich nicht bis zwei, drei Uhr machen und wieder um sieben Uhr auf der Matte stehen. Aber um sieben Uhr werde ich morgen wieder weitermachen müssen. Denn dann kommen wieder Handwerker. Ja, wenn ihr immer noch helfen möchtet. Wir wissen schon nicht mehr wohin mit den ganzen Leuten. Aber wir haben fast 2000 Quadratmeter. Also wir wissen nicht wie wir sie einsetzen, aber wir haben Platz. Wir haben Musik. Max Pay. Okay, Spaß. Beiseite. Schreibt mich einfach an. Facebook.com. Slash Take TV Takesen. Ich freue mich. Nächste Woche Donnerstag bis Sonntag geht es nämlich live los. Mit dem A Separator Masters Powered by Intel. Tickets könnt ihr euch noch besorgen. TakeTV.net. In so einer Location wollt ihr nicht sein. Tickets sind halt limitiert. Möchte ich einfach nochmal dazu sagen. Und es sind eine Menge Leute schon von den Helfern mit am Start. Also irgendwann ist voll. Infovideo von FAPE. Infovideo von FAPE. Ja. Einfach da klicken. Das wäre gut, wenn es genau so klappt. Also checkt es auf jeden Fall aus. Da kriegt ihr noch mehr Infos. Geiles Event. Acht der besten CS Teams aus ganz Europa mit am Start. Und ganz viele Leute von uns. Und einfach das erste Event in der neuen Location. Hot damn. Bis bald. ... ... ...